Hast du so eine imaginäre Wunschliste, wo du so Namen von Prominenten drauf hast, wo du sagst, die möchte ich unbedingt fotografieren. Wer steht da auf dieser Liste? Robert De Niro ist zum Beispiel sehr cool, Jack Nicholson, aber natürlich auch Leute wie Murmeth Ali oder Politiker, aber auch natürlich Menschen, die irgendwas Besonderes zum Erzählen haben. Wir haben ein Projekt fotografiert vor einigen Jahren, wo wir Menschen fotografiert haben, die über 100 Jahre alt sind.